So, einen wunderschönen guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich zum guten Morgen, Börse, gemeinsam mit XTB, es ist heute Donnerstag, der 8. Juni 2023 und final sind wir dann doch jetzt scheinbar in eine Korrekturbewegung im Nasdaq übergegangen, der gestern mit mehr als 1,5% Abschlägen, nicht, dass da irgendwas Dramatisches geschehen würde, aber es könnte auf jeden Fall sich am Donnerstag fortschreiben und die Korrekturbewegung könnte sich fortsetzen, im Falle des Nasdaq bis in Gefilde um 14.000 Punkte, auch der DAX, der tänzelt da jetzt so in einem potenziellen Schlüsselbereich um 15.900 Punkte, Pi mal Daumen, da stellt sich die Frage, ob wir kurz vor einem Drop tiefer stehen, auch da könnten wir nochmal 200 Punkte sehen und genau darauf wollen wir in den folgenden Minuten einen Blick werfen. Bevor wir natürlich starten an dieser Stelle, ganz wichtig, der Risikohinweis, die Wiesen-CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, Schnellgeld zu verlieren, sind nicht für jeden Anleger geeignet und ausgehend hiervon sollte man sich die Frage stellen, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ein eignet. Auf xdb.com.de kann man sich eine kostenlose Demo herunterladen, den Handel mit diesem Produkt testen, schauen, ob das persönliche Risikoprofil mit dem Risikoprofil von CFDFX-Produkten und dem Risikoprofil, das diesen inne wohnt, ob das korrespondiert, wenn man das für sich mit Ja beantwortet, gerne auch xdb. In Person dann kontaktieren, zwecks Live-Kontoeröffnung. Darüber hinausgehend, mögliche Interessenskonflikte, alles was ich hier präsentiere, ist rein edukativ, das bedeutet also bitte nicht als Handelsempfehlung oder als Anlageberatung oder dergleichen missverstehen. Das ist hier ein rein edukatives Event. Was ich mache, ist mein Gameplay, meine Sicht auf die Dinge zu präsentieren, hoffentlich einen Mehrwert liefern zu können und dann die Handelsentscheidungen vielleicht an der einen oder anderen Stelle dem einen oder anderen Trader erleichtern, aber wie gesagt, rein edukative Zwecke, die hier an dieser Stelle erfüllt werden. xdb, ganz kurz vielleicht auch noch als Broker erwähnt, CFD-Broker des Jahres 2023. Diverse Gründe, die dazu geführt haben, zu finden hier in der Mitte, auch alle Details natürlich auf der Webseite xdb.com.de. Ein Grund dürfte sicherlich auch der C-Spread sein, im DAX 0,8 Punkte und zwar nicht nur von 9 bis 17.30 Uhr etc., sondern von 8 bis 22 Uhr, was besonders dann in der Vor- und auch in der Nachbörse natürlich vielleicht auch für Berufstätige von Interesse sein könnte, mit super guten Handelskonditionen, hochkompetitiven Handelskonditionen entsprechend hier ausgestattet zu sein. Und die beste Trading-App, die X-Station 5 an dieser Stelle von xdb, darauf werden wir jetzt an dieser Stelle einen Blick werfen und wir sind dann auch gleich hier einmal im DAX mit dem aktuellen Level, Schlüssellevel um 15.900, just in diesem Moment jetzt, ist die Xetra-Eröffnung. Also das heißt, ich spreche diese Aufzeichnung hier ein, es ist jetzt gerade 9.03 Uhr, das heißt also, wir kommen jetzt hier rein in den Xetra-Handel an dieser Stelle, wir sehen hier einen kurzen Bounce auf der Oberseite und wir versuchen zunächst einmal die 15.900 zu verteidigen. Warten wir allerdings mal ab, das ist jetzt eine klassische Preisfindungsphase, ob das jetzt gelingt. In den Folgestunden, Folgeminuten vielleicht schon, ich weiß gar nicht, ob es Stunden werden, wird es auf jeden Fall von Interesse sein, ob wir in der Lage sind, hier diese Region zu halten. Und diese Tiefs, die wir am Montag ausgebildet haben, beziehungsweise auch am Dienstag und die wir gestern nochmal angelaufen sind. In diesem Zusammenhang ein Drop drunter, ein Halten unterhalb der 15.900 wird interessant für die Short-Seite, denn es offenbart dann weiteres Abschlagspotenzial, meiner Einschätzung nach, bis in Gefilde um 15.700 Punkte auf der Unterseite. Long möchte ich nicht sein, also man kann nämlich hier erkennen, ich habe das schon eingefangen in Form eines Rechtecks an dieser Stelle. Wir haben hier dieses Rechteck und ich sage, Bruch aus diesem Rechteck auf der Unterseite, also verlaufen um 15.900, 920 vielleicht an dieser Stelle, Halten unterhalb, das wäre interessant für Short, Ziel 15.700. Long, erst dann ein Thema, wenn wir aus diesem Rechteck auf der Oberseite ausbrechen und somit über 16.100 Punkte. Wo könnten wir Unterstützung herbekommen oder beziehungsweise was könnte hier mit, dann sollten wir diesen Bruch nicht zu sehen bekommen in den Folgestunden, wo könnte diese Unterstützung für die Bären herkommen? Ich denke, realistisch darf davon auszugehen, Unterstützung von der Nasdaq oder beziehungsweise von Tech-Aktien zu erwarten. Da sind wir jetzt final in eine Korrektur gegangen. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin etwas überrascht. Also ich hätte mir vorgestellt, dass das ein zwar volatiles Treiben wird, aber dass wir jetzt einen so schwachen Tagesschluss hier zu sehen bekommen, auch mit dem Potenzial für weitere Abschläge. Schlüssellevel 14,250, wie wir darauf kommen, dazu gleich mehr. Ich bin ein bisschen überrascht mit Ausblick auf die Fed-Lotenbank-Entscheidung kommende Woche, ehrlich gesagt. Ich hätte mir ehrlich gesagt eher erwartet, dass wir einen Driften seitwärts, vielleicht eine leichte Korrekturbewegung zu sehen bekommen, aber nicht solch eine schön trendige Bewegung, so wie sie sich gestern dann eben Intraday herauskristallisiert hat. Aber sei es drum. Also Fakt ist auf jeden Fall, wir haben jetzt eben diese Abschläge gestern zu sehen bekommen. Wir haben hier an der Stelle, ich gehe mal ganz kurz auf den 5-Minuten-Chart, einen sehr, sehr starken Drive zu sehen bekommen, ausgehend von der Opening Range, also der ersten Halben-Handelsstunde, 15.30 bis 16.00 Uhr, die wir hier deutlich auf der Unterseite verloren oder verloren verlassen haben. Momentum auf der Unterseite. Wir sind dann sogar in diesem Zusammenhang unter die Tiefs hier von Dienstag gedroppt an dieser Stelle im Zuge dieser Open Range, konnten die nicht zurückerobern und haben im Bereich der Tagestiefs geschlossen. Also das ist eher ein Signal für weitere Abschläge. Allerdings nochmal, immer im Gesamtkontext zu sehen, wir sind relativ stark in Tag-Titeln und das ist eine super gesunde Korrekturbewegung, die ich auch gerne so sehen möchte im derzeitigen Umfeld. Wo ich mir vorstellen kann, dass wir auch, wie gesagt, noch nicht fertig sind, denn, jetzt gehen wir nochmal zurück, also hier sehen wir erstmal, das ist nur ein kleines Einknicken, aber wir können es auch hier im Daily schon erkennen. Dieser Bereich hier unten, diese Gefilde ungefähr, dieser Bereich um rund 14.250 Punkte, das wird für heute ein Schlüssellevel für den Tag-Titel oder für den Tag-Bereich sein. Sollten wir diesen Bereich dropen, sollten wir unter 4.250 halten, dann wäre nicht auszuschließen, dass wir die Korrektur fortschreiben bis in diese Gefilde hier, dieser unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung und somit dann ungefähr bis in Gefilde um 14.000 Punkte. Also das bedeutet, da könnte durchaus auch im Tag-Bereich, könnte durchaus Abgabedruck sein. Das bedeutet auch, dass Tag-Titel, beispielsweise Einzeltitel dann eher mit Vorsicht zu genießen wären an dieser Stelle. Da wäre ich also eher zurückhaltend, wie gesagt, vorausgesetzt die 14.250 würde auf der Unterseite im Falle des Nasdaqs eben tatsächlich brechen. Im Falle des S&P sieht die Situation ein bisschen solider aus, möchte ich mal sagen. Also auch hier könnte es zwar eine Korrektur geben, aber ich denke, da werden wir uns gemächlicher eben bewegen. Gemächlicher dahingehend, dass ich, man kann es hier vielleicht auf der 15-Minuten-Ebene, kann man das relativ gut erkennen, den nehmen wir hier mal raus. Diese Ellipse, diese Ellipse hier um 4.280 ist es ungefähr. Die haben wir jetzt gebrochen in der Vorbörse. Schauen wir mal, was uns die europäischen Indizes liefern. Sollte der DAX jetzt schon die 15.900 brechen auf der Unterseite, wäre in dem Fall erwartbar, dass auch der S&P unterhalb der Tiefs hier um 4.270, 4.260 hält und dann ein weiteres Potenzial Richtung 2.240 ungefähr hätte. Aber man sieht schon, summa summarum, wenn ich ein Ranking erstellen müsste, würde ich aktuell sagen, Nasdaq am attraktivsten zu handeln, dann der DAX und dann der S&P 500. Und so würde ich dann entsprechend eben auch meine Setups entsprechend eben aufsetzen, beziehungsweise meinen Fokus entsprechend legen. Und so, das also zum heutigen Tag. Wir hören uns morgen wieder am Freitag zum Wochenschluss. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Habt euch wohl. Bis dann. Bis dann.